Unterscheiden Sie Handkauf und Platzkauf. Nun, was ist ein Handkauf? Hier ist der Verkäufer, hier ist der Käufer. Der Verkäufer gibt dem Käufer die Ware und der Kunde bezahlt sofort, nimmt die Ware und geht. Ja, also noch einmal. Der Verkäufer gibt dem Kunden die Ware und der Käufer bezahlt sofort. Er bekommt die Ware in die Hand und der Verkäufer bekommt das Geld in die Hand. Das ist ein Handkauf. Und Platzkauf ist ein anderes Wort für Versendungskauf. Hier wird die Ware an den Käufer versendet. Das ist der Unterschied. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.